Hey, wie fliegt ein Rabe nach Afrika? Natürlich schwarz! Geht an den See. Im See ist der Elefant. Sag sie, wofür du Elefant? Kannst du mal bitte rauskommen? Sagt der Elefant, nö, warum sollt ich? Sagt die Maus, komm doch mal kurz raus. Sagt der Elefant, nö, ich bin hier am Baden. Keine Lust. Sagt die Maus, komm doch mal bitte raus. Ja, hab dich nicht so. Irgendwann kommt der Elefant raus und sagt, so, was ist jetzt? Sagt die Maus, ich hab mein Bikini verloren. Und ich wollte nur gucken, ob du den eventuell an hast. Das hat gar keinen Sinn.